Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rust von den APK Gaming Pros natürlich mit dem Alex Hi Leute und mit mir wir mussten leider einen neuen Server suchen, weil der alter Vortrop war uns nicht mehr in der History angezeigt wird und ja jetzt sehen wir mal wieder noch ein von neuem, wir hoffen jetzt, dass wir auf einem Server länger bleiben können als nur ja also macht es nämlich keinen Sinn ja ansonsten macht es nämlich irgendwie wenig Sinn, glaube ich und ich stehe gerade am Ende auf dem Stein ich brauche gar nicht mehr ab ja ich stehe auf Felsen, oh wenn ich jetzt runterspringe, kriege ich Schaden, glaube ich ja ich habe mich hier gerade hin verdrückt, weil mich ein Zombie verfolgt hat, deswegen ist mein Leben auch nicht ganz so voll und jetzt gehe ich mal immer weiter von der Straße gerade weg, weil Straße, Zombie ist scheiße oh ja um es kurz zusammen zu fassen und dann soll ich steiner bestreiten, das reicht schon mal nicht, wenn das da auch nicht wird was für fünf ja, wenigstens die Basis auch müssen wir zwischen mal auswendig, yeah normal so ab ins hier einfach irgendwo rein, wo uns keiner hoffentlich stört, wo wir in Ruhe irgendwas abbauen können wo keiner, bisschen weiter hinten ist die Straße und das ist Stress achja soll ich hier hier schön, Rasten, eh Rasten wo ich wozu Wolfen keine Ahnung, da läuft nur durch die Gegend aber ich sehe da wollte mich nicht ohne Scheiß, weil ich fast von dem Wolfenholz ab, ey, da feine es auch nicht sein, komm schon komm schon ja, ich hätte wie gesagt schon auch einen kleinen Fall mit einem Zombie, das irgendwie vollständig angerannt kam, weil ich mit einer Straße gespawnt bin ähm, und deswegen sind auch meine Medi-Kids oder wie die heißen bei dem Spiel weg so, jetzt wollen wir erstmal ein Hunting-Pro ich hoffe, hier sind jetzt keine Zombies in so'n Scheiß weil ich eigentlich immer weiter von der Straße gerade weggehe wir können natürlich ein paar andere Player sein mit Schilder hinten komm schon ist da hier, ist da hier der jejenige nackt? nein hier ist gar niemand alle Zombies Depois oh ich sehe hier einen kleinen Schelf mitten in diesem Wald Ah, naja ich habe so Schritt und habe dann so eheeeell eheell aber die dritte um, weil ich dir nicht mehr in Zombie all Möcke kann jemand helfen, ich will betteln, Mama oder so ein bisschen Rastrhymerisch auf holz habe ich jetzt eigentlich schon mal ein bisschen was ich brüche halt ein bisschen steine noch alex ja hallo die hat wieder irgendwelche connection problem oder was geht bei dir ab hallo ihr habt ihr habt ihr habt ihr habt ihr nex mit halbernen kommen nicht mehr okay dass du es wieder da jetzt wieder ich kann nicht mehr anrunden aber ich kann ich habe natürlich nicht gehört gar nichts mehr mitgekriegt seine aufnahme oder laufen es muss relativ hoch sind kann ich jetzt nicht gucken wie es noch läuft man das ja ich weiß das ist immer Glücksspiel deswegen habe ich zwei Bildschirm und kann ich immer links auf der City hin machen und kann dann gucken ob das läuft da kommt Kraft dann noch schnell die Scheiß Pfeilemann gibt's hier auch mal irgendwo Steine die bräuchte ich nämlich auch hier ist jetzt zwar ein riesengroßer schöner Wald aber das bringt mir nicht so hier irgendwo war so ein ne Hütte ich will grad einfach mal gucken ob ich die Fände hier natürlich könnten hier auch jederzeit irgendwelche Wölfe oder andere Spacken mal Nacken sein daneben was daneben geschossen gerade bei was denn ich will wieder daneben geschossen ja mit dem Scherz Pfeil ist schon ein Dings oder was Bogen und ich will dann daneben und jetzt blöd ich wieder und ich will jetzt sterben ja hier ist ein schöner Wald ja wirklich schön möglich viel Holz wahrscheinlich dabei und dann konnte es töten und natürlich hat er hat er hat er das Typ Katertyp kein Dings dabei ich will jetzt wegen Blutsterben auch gar nicht der Räufe und das Katertyp möchte irgendwann gibt es hier denn nirgendwo Steine hier ist ein schöner Wald aber hier gibt es nirgendwo Steine Kloff kommt bitte Kloff damit ich mir nicht mal kein Medikett komm 604 Essen noch kommen Klaus ich hab hier mal ein paar Schweinchen ja Klaus Mann ja genau hallo gibt es hier mal ein paar Schweinchen die hier rumrennen Kloff oder so Bausch mit der Straße soll das sein und wir haben noch mal noch mal noch in den Medien die Kölzer Bandage genau der Ende er wird es nicht schon wieder Dings ist Kloff ich bin wieder so eine Scheißstraße haaah nö ey komm gibt es hier auch mal Stein oder Schwein oder älter was hier ist ne Hütte da ist keiner drin cool Grazer gerettet ey erstmal Stonehenge bauen ja toll es wird dunkel hammer nice mhm rei ja wunderbar hier ist ein Reh das kriege ich auch auf jeden Fall macht gar keinen Sinn mehr auf den Dead zu rennen ich will Schweine hier die kann ich mich auch haben aber bei mir läuft das gut äh ist das ein das war ein Schwein okay gut alter ich muss mir jetzt irgendwo ein Lagerfeuer setzen und mich da erstmal bis hier so ein Schweine irgendwie leckt mein Spiegel auch ein bisschen leicht und wir unten wollen das finde ich mal voll nervig weißt am Anfang los hier rum und das immer direkt diese Wölfe und so ein Scheiß auch will wenn du selbst wenn du nur irgendwelche Schweine jagen willst hast du direkt immer das Pech dass dann wahrscheinlich irgendein Wolfgleich und der Wolf fängt man es tut sich dann mein Arschloch sehr schön jetzt habe ich nämlich ja meine Art Hunger ich weiß komm gib mir Essen das ist mir viel wichtiger als wie die bisschen Klaus die interessieren mich nicht so hart hauptsächlich erstmal was zu essen jetzt ja komm mach mal schnell jetzt wenigstens gibt es hier schon in der Nähe ein Hütchen ohne Scheiße da gehe ich einfach in das Hütchen rein Problem ist nur da ist natürlich schon drin und das ist scheiße weil ja ja ich kann es natürlich nicht zumachen so also das Lagerfeuer hin was ich im Geburt hab Junge was das für ein Licht überhaupt ey das macht so ja keine Ahnung voll komisch ja man sieht mich nicht wenn ich habe kommt den Kreuz der Lange laufen der Welt findet mich trotzdem Prämier oder ich darf einfach das Prinzip auch auf Seite erstmals zu essen machen meine hat nämlich hunger und ja es ist wieder draußen kalt und viel stein habe ich jetzt noch gar kein stimmt schon nur klaus ok jetzt schon hunting bau machen ich glaube schon mal ein lagerfeuer machen ja ich brauche noch ein bisschen holz geil ja macht aber jetzt den scheiß baum hier weg ist egal ob sie ein bisschen kalt ist hier ja alles gut okay habe ich doch irgendwas gehört schon paras jetzt wusste und größer komfort machen ja ich bin auch jetzt in der nähe gerade aber ich muss gar noch ein baum hier weg schnellsten weil ich brauchen müssen holz noch für den hunting bau ja kommt immer wieder in die Hütte dass die Waren wird nein nicht ausmachen Prozent Essen sehr gut Essen 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 in der Verwaltung nicht nur ich habe nämlich nur noch 303 und 20 Essen habe noch 221 verkehrt jetzt sind wieder mehr erstmal vollfressen hier mache ich auch wenn du das verwendest wenn du das Essen mal brät ein so 1800 so ja ich habe in der Zwischenzeit einen Baum gefällt und dann ging es dann eigentlich so kann man essen 36 sehr schön jetzt kann ich mir ein hunting bau und ich wieder machen so fressen hunting bau kraft sehr gut boah du hast mich gerettet woher hast du so viel baller aber wir werden 2000 was essen Kalorien nice one nice one was kann ich nun bauen du hast keine Ahnung von dem Spiel oder was oh jetzt kommt, ah ist fertig mein Huntingbow sehr gut machen wir mal hier so hin Essen mal auf die fünfte Leiste und Huntingbow dahin wie heißt die andere Scheiß nochmal einfach Bow wie heißt das? Arrows Alter mein Englisch ich dachte ich kann, du kannst besser eigentlich als ich kann ich auch, aber du kannst die Schlachtbegriffe besser als ich von den Spielen, Aero ist doch ein Pfeil es ist doch bekannt, ja ich weiß schon aber wenn man ja es ist dunkel draußen, geil und? ich habe aber keinen Bock auf dunkel aber ich bin direkt in dem Wald und da baue ich jetzt halt mal ein bisschen Holz ab, weil ja, ein bisschen was brauche ich ja aber hier Steine habe ich hier noch gar keine gesehen in der Nähe und ich will halt jetzt in der Nacht noch nicht weiter weg gehen als nötig hast du dir ein Felter gebaut oder das? ne aber da war eins, da habe ich nicht da war eins wo ein Ofen, wo ein Föns, ähm ach nicht Föns so ein normales Kämpfeier drin war und da habe ich mich einfach reingesetzt, mir nicht ich kann ja die, oh, da schießt er auf mich ja, fick dich doch Junge, warum tut mich so ein Typ anschießen? der tausendmal besser equipt ist als ich du bist tot was hat der da für, was hat der da für einen Sinn draus, ne? du bist tot nein, noch nicht, ich verstecke mich hinterm Baum aber ich bin gleich tot jetzt bin ich tot Junge, was hat der davon, Mann? from Russia heißt der Spasti with, äh, with love killed you using a P 250 with a hit to your left hand Mann, ey, was für ein Hurensohn warum bringt der mich einfach um? ich bin ich hab nix gehabt großartig so, ich hab jetzt add a camp gedrückt und wo spawn ich jetzt hier ich bin hier irgendwo im Nirgendwo gespawnt wieder an der Straße, wo ich vorhin gespawnt bin aha add a camp okay, ich hab mich an irgendeinem Camp gespawnt von irgendwelchen Leuten geil, jetzt hab ich mich jetzt direkt wieder niedergeschossen hallo ehrlich, ey, solche Lappen, ey ich hab denen noch nicht mal Arrows, um zu schießen, ey und der gibt mir so hart, ey so'n Lappen, ey Mann, oh Mann die Leute sind so scheiße und wir sind schon auf dem deutschen Server aber das war irgendwie so'n Spasti und kein deutscher also, weiß ich mal Arrows, ich weiß noch oh Mann, ey warum kannst du nicht deutsche Server geben wo Leute aus dem Ausland überhaupt gar keinen Zugriff zu haben, ey wär viel geiler tja das wird jetzt nie geben ja, die Mauer fuck das regen einfach nur tierisch auf was wollen die da auf meiner fucking warum kennen die jemanden, der grad mal Bogen hat, manchmal Pfeile für hat und grad mal ein bisschen was zu essen hat und er sonst eigentlich nur basic und sonst gar nix, sogar noch mit Stein rumläuft, ey sogar noch mit nem Stein grad an nem Baum Holz abbaut, weißt du ohne Scheiß, ey, wie dumm muss man sein man sieht doch, der hat nix warum killt man den ja doch gar keinen Sinn ist beim Typ kalt und der verbraucht wieder voll viel Kalorien und ich hab jetzt nix zu essen, wow voll auf'n Sack jetzt kann ich jetzt mal ein bisschen Holz verhaben, aber mehr auch nicht ich warte es hier bis es wieder hell ist, ey so Leute jetzt werdet ihr von mir nicht viel sehen, weil ich hab hier keinen Bock jetzt ist zu verricken, ey ganz im Ernst, ey ja bei mir kam mir einfach so ein Hurensohn von der Seite an ich brauch mehr Arrows ich brauch eher noch mehr Bandagen, ey Vielen Dank.